Na, zusammen, mich hier ist wieder Heutzutage und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und heute soll ich euch heute also einen kleinen Achievement-Guide präsentieren. Heute geht es wieder um ein Achievement in der nekrotischen Schneise, und zwar um den Erfolg reicher Ernte. Und für dieses Achievement müssen wir Amarat, den Erntor in der nekrotischen Schneide, auf dem Schwierigkeitsgrad, mythisch bezwingen, nachdem er mit letzter Ernte die Leiche eines grausigen Kolosses verschlungen hat. Was müssen wir als erstes machen? Wir brauchen den grausigen Koloss, und ihr seht, den haben wir hier schon beschworen. Ihr müsst einfach an dem Boss vorbeilaufen, bis ganz hinten links in die Ecke. Da gibt es dann so einen kleinen Stecken, den ihr anklicken könnt. Dann beschwört ihr den grausigen Koloss, der kann ehrlich gesagt nicht viel, den kann man einfach umklopfen. Und nachdem ihr den umgeklopft habt, liegt seine Leiche da an der Ecke, da einfach dann den Boss hinziehen, dann ein bisschen tanken und den Boss ein bisschen runterhauen, ihn aber noch nicht töten. Er muss nämlich einen Spell einsetzen, und zwar diese letzte Ernte. Und wenn er das getan hat, sorgt er alle Ads auf, die quasi da vorhin gestorben sind. Und wenn er einmal diesen großen oder grausigen Koloss einmal auch mit aufsaugt, bekommt er dann nochmal zusätzlich einen Buff drauf. Macht den Kampf einen Ticken schwerer, aber mit 200 Itemlevel aufwärts, hier sollte das ja alles kein Problem sein. Danach müsst ihr eigentlich nur noch den Boss umklopfen, heimst das Achievement ein, und ja, mehr ist es eigentlich tatsächlich nicht, was ihr hier bei dem Encounter beachten müsst. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle für das kleine Achievement-Guide-Video. Wenn ihr mehr Dungeon-Guides, beziehungsweise andere Guides zu anderen Achievements sehen möchtet, könnt ihr gerne auf meinem Kanal ein bisschen durchstöbern. Ich werde das Ganze auch in eine Playlist reinpacken. Hat mich vor, dass ihr dabei wart. Euer Taylor, bis zum nächsten Mal. Ciao!